Applaus Ja gut, war mal richtig. Gut, war mal richtig. Rauh, Rauh, Rauh. Die Dame mit dem schönen Verteidigungsspiel aus Schwabach, Tod, Wawarike, Doppelname, und der Herr im Stirnband, Rau, wird ja schon die Endphase dieses Spiels sein. Der Bavarian Wayscar im Mühlhof, Turnier 2 von 3, die heute stattfinden, Samstag, 5. Mai, glaube ich, so, 2019. 4. Mai, das ist wichtig für diejenigen, die die Videos zu diesem Turnier im Netz suchen, YouTube, Kanal Reinhard Steinbrecher, Suchwort 2019, 05, 04, und dann eventuell noch Mühlhof oder Tod, Wawarike oder Rau, wenn man dieses Spiel sucht. Kümelmann, das ist die letzte Spiegel Ich bin nicht umgeknickt, weil ich Dinge so hinfange, aber nicht schon was rauskriegen. Aber es geht schon. Ich habe wirklich schon verhauen, Scheiße. Oh, 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 oh. Kann man nicht sagen, ne? Das ist eine schlechte Verhandlung hier. Du bist den gegangen, du schaust da hin. Ja. Ja. Das ist immer die gleiche Diskussion.